Da willst du rein? Ja. In goldenen Handschuhe? Ja. Da gehen auch normale Menschen rein. Soldaten Norbert, Tampon Günther, Kula Rumwaldraut, Nasen Ernie, Dornkat Max. Wie kommt man denn zu so einem Namen? Weil du nur morgens, wenn du das abends Dornkat trinkst. Und heißt Max? Nee, Peter. Ich frage die Dame immer, ob sie was trinken möchte. Nee, wäre es mir zu hässlich. Und wer sind Sie? Herr Honka. Was stiegst du da so? Hiermit erkläre ich, dass ich es im Leben noch nie so gut hatte wie bei Herrn Honka. Herr Honka weiß viel besser als ich selber, was gut für mich ist. Und deshalb erkläre ich ferner, Herrn Honka, meine leiblich geborene Tochter Rose, zuzuführen, dass er sie vernaschen darf. Und? Hast du aber noch was auszusetzen? Es gibt genau drei Gründe, warum der Mensch trinkt. Erstens, um was Schlimmes zu vergessen. Zweitens, um was Schönes zu feiern. Und drittens, wenn mal nichts los ist, dass was passiert. Ich bin ein bisschen rau, aber... Ich bin ein bisschen rau, aber... Ich bin ein bisschen rau. Ich bin ein bisschen rau. Doch. Ich bin ein bisschen rau. Untertitelung des ZDF, 2020